Augsburg 2013, ein Jahr in dem in Augsburg wieder viel passiert ist, so auch der Umbau der Innenstadt. Inzwischen ist der Ersatzfahrplan genauso Geschichte wie die vielen Bagger in der Annastraße. Jetzt wird sichtbar für die Augsburger und natürlich auch für die Besucher der Stadt, warum sie so manchen Umweg in Kauf nehmen mussten. Unser Thema jetzt im Jahresrückblick mit Oberbürgermeister Dr. Kurt Griebel, das Projekt Augsburg City. Herr Dr. Griebel, der Königsplatz ist am 15. Dezember pünktlich eröffnet worden. Da sprechen manche schon von einem Wunder. Nein, Wunder ist es keines, sondern eine Punktlandung. Alle haben konsequent darauf hingearbeitet und ich bin auch sehr erleichtert, das ist ja nicht selbstverständlich, so eine riesige Baumaßnahme zeitgenau und auch im Kostenrahmen fertig zu kriegen. Da freue ich mich sehr drüber. Der neue Königsplatz, viele waren sicherlich schon dort, sieht schöner aus, aber ich glaube, deshalb hat man es nicht alleine gemacht. Ästhetik spielt natürlich immer eine Rolle, aber hier geht es um etwas ganz anderes. Es geht um Mobilität und Funktionalität. Es steigen 120.000 Menschen ein, aus und um an diesem Königsplatz. Das heißt, es muss alles perfekt funktionieren. Es ist der Hauptverkehrsknotenpunkt und er muss leistungsfähig sein. Zum anderen geht es auch darum, dass älter werdende Menschen auch zurechtkommen können. Dadurch haben wir die Barrierefreiheit jetzt auch mit berücksichtigt, dass Menschen mit Behinderung zurechtkommen. Das heißt, es ist ein Königsplatz, der jetzt wirklich neu aufgestellt und damit auch zukunftsfähig ist. Man sprach gern von Bauxburg, aber es wird noch weitergehen. Ich glaube, auch die Sannebung der Fußgängerzone ist noch nicht beendet. Nein, aber wir sind weit vorangeschritten. Wir haben die Annastraße fertig, den Martin-Luther-Platz, den Fugger-Platz. Wenn man so durchgeht, dann weiß man auch, dass es sich gelohnt hat, einfach diese Baustellen auf sich zu nehmen. Ich denke nur an die Maximilianstraße mit diesem unglaublichen Flair jetzt, diese verbreiteten Gehwege, die Fassaden kommen zur Geltung. Und ich sehe es einfach so, das Wohnzimmer der Stadt Augsburg ist wieder neu hergerichtet. Wir merken das auch am Christkindlesmarkt, wie das angenommen wird und wie die Menschen sich freuen, wie das letztendlich auch funktioniert. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch eine Maximilianstraße, wenn sie denn jetzt neu gestaltet ist und die Bauarbeiten draußen sind, wieder der Ort ist, wo auch Stadtfeste stattfinden können. Also es geht nicht nur um Gestaltung, sondern es geht vor allem um Funktionalität für die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt.